Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein spannendes Thema für dich, also dranbleiben. Schön, dass du da bist. Ich bin Oliver Ehreni, Medialer Energetiker aus dem wundervollen Linz. Ich beschäftige mich jetzt seit über einem Vierteljahrhundert mit der Aura, mit dem Energiefeld, mit den Wirkungsweisen, was es da alles gibt und bin seit beinahe 20 Jahren selbstständig in diesem Gebiet. Und ich stolpere immer wieder über dieselben Fragen. Und das sind auch Fragen, über die ich selber gestolpert bin, wie ich mich begonnen habe, mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen. Und deshalb möchte ich heute ganz konkret anhand von einem Beispiel einmal ein bisschen mehr diese Aura-Interpretation erläutern und wie das funktioniert. Weil viele Leute glauben ja, na, das ist doch immer esoterischer Quatsch und da ist ja überhaupt nichts dahinter. Nur nehmen sich diese Leute weder die Zeit noch die Mühe, sich mehr damit zu beschäftigen, sondern gehen gleich mit einer Riesenskepsis rein und haben oft auch gar nicht die Geduld, dass man sagt, okay, was ist da dahinter und ich schaue mir das einmal an. Mich persönlich hat übrigens die reine Neugier, der reine Forschergeist immer mehr so in diese energetische, esoterische Richtung reingebracht, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist spannend. Was gibt es denn noch? Was gibt es noch außer dem Außen, das ich sehen kann? Also mich hat immer interessiert, was kann man denn alles entdecken und sehen bei diesem, bei dem Energiefeld, bei der Aura und so habe ich halt begonnen, mich mehr damit zu beschäftigen. Ich mache auch gerne noch mehr Videos, wenn es dich interessiert, einfach in die Kommentare schreiben. Aber ich werde jetzt heute einfach mal anhand von einem Beispiel erzählen, wie denn sowas funktioniert. Und ich, wir fangen einfach einmal an mit einem Mann. Ist das nicht wunderbar? Ja, wir fangen mit einem Mann an und das ist der Klaus. Und der Klaus, so sehen wir den Klaus normalerweise. Also wenn der Klaus auf der Straße geht, wenn der Klaus etwas macht, wir sehen einfach die Erscheinungsform vom Klaus. Und jetzt ist die Frage für mich so vom Energetischen, jetzt, oder sagen wir mal die Annahme, jetzt sage ich, okay, der Klaus hat ein Energiefeld. Pardon, das ist jetzt mal die Annahme. Der Klaus hat eine Aura, ein Energiefeld. Und um das geht es ja beim Aura sehen, dass man das sieht oder interpretiert oder deutet. Und das ist eben so das Spannende. Also der Klaus, wie wir ihn normalerweise sehen, also so begegnet mir Klaus im Alltag, im Lokal. Und ich versuche aber beim Klaus auch das Energiefeld zu sehen. So wie hier bei diesem Beispiel. So weit, so gut. Also es ist also der Versuch, einen Menschen auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Du kennst das vielleicht, ich möchte jetzt nur ein Beispiel nennen, wie kann ich jemanden denn betrachten? Ich kann den Menschen aus ganz vielen Aspekten betrachten. Ich kann mir seinen Kontostand anschauen und sagen, der ist jetzt reich oder der ist arm. Oder ich kann mir zum Beispiel auch die Körpersprache betrachten und sagen, okay, da hat wer gezuckt oder was ist denn da los? Und kann das so interpretieren. Ich kann mir die Iris anschauen und kann das interpretieren bei einem Menschen. Ich kann mir, wenn ich möchte, Handlinien lesen. Ich kann das Horoskop anschauen und kann ganz viele Sachen interpretieren. Und für mich war es halt spannend, eben dieses, was sehe ich nicht, was ist das Unsichtbare, das zu deuten, zu interpretieren, das wahrzunehmen. Das ist auch das, was ich den Klienten in meinen Kursen lerne. Gut, gehen wir zurück zum Klaus und seinem Energiefeld. Das ist jetzt bitte ein stark vereinfachtes Beispiel, aber es ist okay. So, der Klaus hat ein Energiefeld und gehen wir mal davon aus, das geht wie so ein Ei rundherum. Das heißt, das ist einmal ganz, ganz gut gelegen, dieses Energiefeld. Weil bei der Aura-Interpretation schaue ich mir auch immer an, wie liegt ein Feld. Wenn ich sage, es ist mir in der Mitte, dann ist die Person in der Mitte des Feldes und sonst kann es auch sein, dass da Teile ein bisschen verschoben sind. Und je nachdem, wo die hingeschoben sind, schaue ich mir dann an, was es da hat. Gut, also Klaus, sein Energiefeld. Und jetzt schaue ich mir das dann einfach mal an und schaue mal, okay, was nehme ich denn beim Klaus wahr? Und im Fall dieses Bildes, dieses Beispiels, was ich jetzt habe, da beginnt halt jetzt diese Aura-Interpretation. Das heißt, ich persönlich interpretiere das Feld vom Klaus. Und das ist jetzt das Wichtige und eigentlich auch einer der Grundessenzpunkte der ganzen Interpretation ist. Je neutraler, je klarer, je disziplinierter ein Medium ist, umso klarer, neutraler und zutreffender sind dann die Interpretationen. Im ersten Schritt ist es nur eine Interpretation, sind es die Interpretationen des Energiefelds, des Mediums. Das heißt, der kann dann Relate oder die, das Medium, bleiben wir bei das Medium, sind wir sogar grammatikalisch korrekt, das Medium kann dann einfach vermitteln, was es wahrnimmt, möglichst ohne eine Brille, einen Filter, der Filter der eigenen Wahrnehmung, der eigenen Erfahrungen. Vielleicht habe ich mich gerade geärgert, vorhin, weiß ich ja nicht, mit einem Kundenservice oder so. Und dann kommt der Klaus daher mit seinem Energiefeld. Ich sehe, ach, das ist rot. Und dann denke ich mir, mein Gott, der Klaus ärgert sich aber. Und dann sage ich dem Klaus, okay, du bist aber wütend. Warum auch immer. Könnte man annehmen, bei einer roten Frequenz vom Feld, so wie das jetzt beim Klaus war. Jetzt schauen wir einfach mal, ob das dann zutrifft. Jetzt gehe ich also weiter. Ich selber bin wütend, also ich bin nicht neutral und interpretiere also das Feld vom Klaus dementsprechend nicht korrekt. Oder halt durch meinen Filter. Das kann schon mal stimmen, aber es geht darum, da neutral zu sein. Das heißt, ich persönlich sollte möglichst klar sein, möglichst neutral sein, um dann eben dem Klaus das Feld besser interpretieren zu können. Also nochmal, wir haben das rote Feld vom Klaus und dann schauen wir weiter. Das heißt, ich schaue in diesem Schritt mal, das Energiefeld an und versuche das zu erfüllen. Rot kann man generell übrigens noch sagen, also ich habe es jetzt mit Wut interpretiert, Rot ist immer Kraft, ist Power, ist Erdung. Wenn du mir dir mal Rot vorstellst, jetzt einfach mal so als Farbe, dann wirst du merken, dass Rot ja eigentlich so etwas sehr Energetisierendes, was Kraftvolles ist. Das soll ja eben Anregen animieren, da soll was weitergehen. Also da ist auf jeden Fall eine Power da, also eine Energie. Im Analogiedenken kann man natürlich auch sagen, Rot kann auch im Körperlichen eine Entzündung sein. Das kommt dann darauf an, auf welcher Ebene das liegt. Und das ist eben dann so, ja, das ist dann einfach so diese Kunst der Interpretation. Schauen wir beim Klaus mal nochmal weiter rein. So, wir haben zuerst mal, ich zeige es nochmal, den Klaus hier in seinem roten Feld. Und dann im nächsten Schritt interpretiere ich und schaue mal, hö, unten hat der Klaus mehr Energie als oben. Das ist ein Orientierungspunkt, dass ich eben sage, okay, wo staut denn die Energie? Da kann man dann natürlich Rückschlüsse ziehen auf, im Konkreten, körperliche Themen oder halt auch psychologische Themen, je nachdem, wo dieser Stau liegt oder wo diese Energie gestaut ist. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn jemand kommt mit so einem Energiefeld, könnte man sagen, ja, der ist einfach gestresst oder der hat einen schlechten Eigenwert und deshalb staut sich die ganze Wut und kann das nicht so richtig ausdrücken und da brodelt es bei dem. Ist eine durchaus haltbare Interpretation bei diesem Feld. Aber schauen wir einfach mal, ob sich das als richtig herausstellt. Wir bleiben bei der Annahme, Klaus ist wütend. Wir wissen ja noch nichts über den Klaus. Wir haben auch noch keinen Dialog mit Klaus gesucht. Das heißt, das ist einfach jetzt nur mal so die Intuition, die da reinkommt, könnte mit diesem Feld stimmen. Das heißt, unten ist es gestaut und da brodelt es vielleicht ein bisschen. Okay. Das merken wir uns jetzt mal. Wir werden Klaus wiedersehen. Keine Angst. Also schauen wir noch einmal beim Klaus brodelt es. Und jetzt schauen wir weiter zur Inge. Das ist die Inge, so wie wir die Inge immer sehen. Die Inge ist, wie wir unschwer erkennen können, anhand dieser wundervollen Silhouette, weiblich. Okay. Und wenn die Inge jetzt dann zu mir kommt, dann schaue ich mir auch an, okay, wie liegt denn Inges Energiefeld? Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an in diesem Beispiel. Und bei der Inge sehen wir, aha, die Inge ist ein bisschen so orange, ein bisschen aprikotfarben das Feld. Da sieht man schon mal, wenn man das vergleicht, der Klaus eher in diesem rötlichen Ton und dann haben wir die Inge in diesem Aprikot-Ton. Da sehen wir dann schon, okay, das ist eine andere Frequenz. Die ist da anders drauf als der Klaus. Könnt ihr euch das vorstellen? Also diese Frequenz ist leichter, ist heller als die rote Frequenz. Das heißt, wenn sich die jetzt begegnen würden, würde wahrscheinlich der Klaus eher, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, dominieren bei der Inge. Nicht jetzt, weil der Mann Frau ist, sondern weil die Kraft anders gelegt ist beim Klaus. Also so kann man sich das mal vorstellen. So, wir schauen noch mal zur Inge. dieses Feld haben wir uns gemerkt und jetzt schaue ich mir an, okay, das ist die Inge und wie liegt denn bei der Inge das Energiefeld? Und dann, oje, oje, bei der Inge ist das Energiefeld verrückt. So, jetzt werden wahrscheinlich Kritiker sagen, naja gut, bei jedem, der zu so einem Energetiker, Esoteriker, Medium, Hellsichtigen oder sonst was geht, ist sowieso was verrückt, weil ganz normal sind die nicht. Aber bei der Inge ist halt das Feld verrückt und nicht aus dem Grund, weil die bei einem Energetiker ist. Und jetzt kann man aus so einem verrückten Feld, verschobenen nennen wir es, verschobenes Feld, nicht verrückt, da merkt man, die Inge ist offensichtlich nicht in ihrer Mitte. Und von der Inge aus gesehen, wenn die Inge uns anschauen würde, wäre das Inges rechte Seite, da ist was nach rechts außen verrückt. Und ich habe das schon in mehreren Videos beschrieben, das Energiefeld, wenn sich das rauszieht, zum Beispiel bei dem Shopping Video und so, oder ob im Shop, wie das energetisch funktioniert, da ist man nicht ganz bei sich. Jetzt könnte man sagen, ich könnte jetzt interpretieren, oh Gott, oh Gott, die Inge steht unter Schock. Das wäre durchaus möglich mit so einem Feld. Bei einem Schock passiert energetisch folgendes, das Feld hebt es einfach raus. Das kennst du vielleicht, wenn du einen Unfall hast und in so einem Schockzustand bist, du spürst ja den Schmerz dann erst ein, zwei Tage später. Das ist energetisch auch so begründet, dass das Feld rausrutscht. Also aus dem Körper, dann nimmt man das nicht mehr so wahr. Da ist dann der Schmerz ausgeblendet, der kommt dann erst später. Also könnte es sein, wenn ich jetzt der Inge einen Schock attestiere, dann liege ich, zumindest jetzt rein vom energetischen, sicher nicht hundertprozentig falsch. Aber wir wissen es nicht. Ich habe jetzt weder mit der Inge gesprochen, noch habe ich das abgeklärt. Das wäre jetzt nur eine Meinung. So, jetzt haben wir also hier die Inge mit diesem verschobenen Feld. Dann schauen wir weiter. Noch einmal zur Erinnerung. Wir haben Klaus und wir haben Inge. Inge, Klaus und Inge haben unterschiedliche Energiefelder. Und wenn man jetzt sagt, okay, wenn man das so betrachtet, Klaus hat einen Stau, die Inge ist verrückt, na wunderbar, ist ja toll, dass man dann, oder Klaus ist zumindest in der Lendengegen sehr aktiv, kann man auch sagen, und die Inge ist verrückt, dann kann man sich ja fragen, was ist denn mit den beiden los, um Gottes Willen. Und ich löse jetzt das Beispiel auf und ich werde es auch gleich noch einmal erklären, nur dass das einmal deutlich ist. Klaus und Inge sind frisch zusammen und sind verliebt. So, das ist jetzt die Auflösung des wunderbaren Bilderrätsels. Schauen wir uns noch einmal das an. Einfach aus der energetischen Sicht. Schauen wir zuerst noch einmal. Bussi, Bussi, wunderbar, sie sind verliebt und sind glücklich bis an ihr Lebensende. So weit kann ich das verraten. Eine wundervolle Geschichte. Jetzt schauen wir uns energetisch an. Was ist denn da passiert? Ich habe jetzt durchaus völlig haltbare energetische Interpretationen geliefert. Also in meiner Wahrnehmung, also so wie ich das deute. Da komme ich dann auch noch einmal dazu. Aber jetzt schauen wir uns noch einmal die Energiefelder an von Klaus und von der Inge. Klaus hätte in diesem Beispiel diesen Stau deshalb, weil er einfach am Eroberungstrip ist. Er fühlt sich zur Inge hingezogen. Er fühlt sich körperlich hingezogen. Drum hat er da auch in der Leistengegend ein bisschen einen Stau, weil er einfach Lust hat und sie unter Anführungszeichen erobern will. Und das soll jetzt keine Rollenklischees erfüllen. Das ist einfach nur ein energetisches Bild, bitte. Also der hat Lust, der will nach vorne sprengen und die Inge quasi erobern. Und offensichtlich fühlt er sich auch auf der sexuellen Ebene zur Inge hingezogen. Schön für den Klaus und hoffentlich auch schön für die Inge. Und was da jetzt eben, was man da eben merkt, ist eben dieses, da will der Klaus etwas konkret machen. Das ist nämlich cool, auch für die Inge, wenn die weitere Pläne hat, weil, wenn der Klaus jetzt so wäre, auch wie die Inge, so verschoben, naja, Farbe kann gleich sein, aber es kann auch so verschoben sein. Nur wenn es nach rauf geht, das Energiefeld ändert sich auch die Frequenz. Das ist wie eine Tonleiter. Das geht einfach höher, auch von der Farb zu, also von der Farbsymbolik her. Und wenn die jetzt beide so in dieser Verrücktheit wären, sage ich mal, dann kann das so ein Tanz auf Wolke 7 sein, der sich aber ganz schwer erden lässt. Aber in diesem Beispiel ist der Klaus ein sehr konkreter Kerl, weil da herunten in dieser Energie ist nicht nur sexuelle Lust, sondern auch einer, doch, ich baue da ein Haus, doch, ich heirate, und doch, ich mache da Kinder. Der ist da relativ klar strukturiert und der will das auch reinbringen. Also der Klaus hat Lust auf die Inge. Kannst du natürlich als Medium jetzt nicht wissen, außer du interpretierst es richtig. Und das ist halt eben das Training, das man dann hat. So, schauen wir zu Inge. Warum ist die Inge verrückt? Die Inge ist auf Wolke 7 und Himmel denkt Klaus an. Die denkt sich, mei, ich habe so einen Lieben kennengelernt, so einen Netten kennengelernt und denkt die ganze Zeit an Klaus. Das heißt, sie ist nicht bei sich, sondern denkt, der Klaus, der Klaus, der Klaus, der Klaus. Darum sage ich einmal, in Verliebtheit sind wir nicht ganz dicht, sind wir verrückt und denkt an den Klaus. Und das ist eben dieses Muster. Das heißt, sie ist energetisch nicht klar bei sich. Sie ist etwas verrückt verschoben und denkt da jetzt an den Klaus. Ja, und dann, wie gesagt, die beiden kommen zusammen, wunderbar. Aber, und das ist jetzt auch dann das Spannende, das kann man ja jetzt als Energetiker in dem Sinn oder als Medium, ich in meinem Fall, nicht wissen. Das heißt, ich interpretiere jetzt die Nuancen, die Farben. Ich kann dann schon sagen, okay, ich sehe, ich denke aufgrund meiner Erfahrung, das kommt von daher und daher. Aber das ist halt die Interpretationssache und das ist dann auch, da ist man auch aufgefordert, einen Dialog natürlich mit dem Klienten zu suchen. Nur in diesem Beispiel jetzt noch einmal, im Energetischen, kannst du vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wie das funktioniert. Das ist so dieses unsichtbare Spüren. Ja, und was heißt das jetzt für dich? Für dich selber heißt das auch, werde bewusster. Man braucht auch nicht gleich abergläubisch sein oder gleich mit Glaubenskonstrukten kommen. Darum bleibe ich da auch relativ nüchtern jetzt mit dem Beispiel. Relativ messbar. Halte deine energetischen Ausflüge messbar. Das wäre eigentlich ein ganz wichtiger Tipp für dich noch, weil je unkonkreter du wirst, das heißt je, ich nenne es jetzt einmal, luftiger du wirst mit Engeln, mit Führern, mit Flüchen, mit Karma und mit was weiß ich denn noch, was aus diesem Potpourri, was es da alles gibt, umso schwieriger wird es dann natürlich auch nachvollziehbar, etwas zu lösen. Das heißt, setze dir auch ein ganz konkretes Thema, setze den Kreis konkret. Das mache ich bei meinen Klienten und Sitzungen auch. Ich definiere das Thema, was bearbeitet wird ganz konkret. Wenn ich sage, okay, da wird jetzt an einer chronischen Verspannung auf der energetischen Ebene gearbeitet, dann arbeiten wir nicht bei der Mitzitante und ihrem Onkel, die gerade streiten. Das heißt, das Thema ganz konkret suchen, was ist es und das kannst du hier begreifen und klar machen und benennen. Benenne das Thema, das ist immer das Wichtigste bei der energetischen Arbeit und dann ist dir auch klar, wohin du eher dann diese Aufmerksamkeit lenkst. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr schwer greifbar teilweise, aber wichtig ist nur mal, dass du dieses Bewusstsein kriegst, du bist einfach mehr als du siehst und du hast diese energetische Wirklichkeit und du kannst natürlich selber am besten mit deinem Energiefeld arbeiten und wirtschaften. Du bist ja mit dir 24 Stunden zusammen. Das ist sonst niemand. Ich kann inspirieren, ich kann interpretieren, ich kann dann auch durch gewisse Techniken einfach damit arbeiten, aber wesentlich ist, dass du die Spezialistin, der Spezialist für dein Energiefeld bist und dass du das auch in der Hand hast. Gut, ich hoffe, ich habe eine kleine Einführung in dieses Riesenthema Aura-Interpretation. Ich habe das ein bisschen klarer gemacht und wie man damit arbeiten kann. Ich kann jetzt noch einmal sagen, ich bin die ersten fünf Jahre vor einem Vierteljahrhundert gesessen und habe mir gedacht, ich sehe gar nichts, das ist einfach ein Blödsinn und das ist nicht, das geht jetzt für mich nicht. Und irgendwann ist dann der Groschen gefallen, das kann ich jetzt auch in dem Video so schwer zusammenfassen, aber ich kann dir nur sagen, wenn es für dich ist, wenn es für dich passt, dann bleibst du auch dabei, dann wirst du auch weiter trainieren und üben. Das ist der Grund, warum ich bei keiner Olympiade dabei bin, aber da habe ich einfach trainiert. Da bin ich bewusst, da habe ich ein gewisses Training mir selber auferlegt und deshalb mache ich es auch beruflich. Und falls dich das mal interessiert, eine Sitzung in Anspruch zu nehmen oder einen Kurs zu machen, das vielleicht selbst mal bei mir zu lernen, dann freue ich mich auf deinen Besuch. Du findest mich im Internet, du findest auch haufenweise Videos auf diesem Kanal. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video. Ich finde das ganz wichtig, dass wir uns einmal konkret über dieses Unsichtbare auch unterhalten und nicht in irgendeiner es ist so schön und einer ekstatischen Form, sondern dass wir möglichst klar, möglichst konkret sagen, mit dem kann ich arbeiten und wie geht das? Und ich finde, das ist ganz, ganz wesentlich und deshalb habe ich dieses Video heute auch gemacht. Wenn du mehr so Videos sehen möchtest oder ein Thema hast für ein Video, schreib es mir in die Kommentare runter. Einfach mal reinschreiben, das interessiert mich. Wenn du das Gefühl hast, okay, du willst mehr so Beispiele sehen, so energetische Beispiele, dann bereite ich gern noch mal was vor, so aus meiner Praxis raus, was es da alles gibt. Und es ist ein sehr spannendes Thema. Ja, damit haben wir es geschafft und im Sinne von unseren beiden, von unserem Pärchen, von dem Klaus und der Inge aus, wünsche ich euch eine gute Zeit, viel Liebe, bleibt fröhlich, bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!